Tja, das passiert, wenn man Minen spielt. Hier wird doch schon wieder irgendwo geschossen. Keine Ahnung. Komm hier durch. Da ist es abgesperrt. Das heißt, es geht mal wieder nach oben. Da ist zu. Beziehungsweise die Tür hat keinen Drücker. Hm. Vorräte. Polizist unter Beschuss, geh entdeckung. Schau meine Lichter, Sir. Und von wo werde ich jetzt beschossen? Ah, von da. Stirbt! Oh, da oben. Und zack, ouch. Das hat sicher wehgetan. Sind da noch mehr? Nö. Sieht alles ruhig aus. Oh, hier liegt jede Menge Munition. Wer macht denn sowas? Ach, jetzt kann ich hier aufmachen. Ah, und jetzt habe ich hier noch ein paar Leute reingelassen, so wie es aussieht. Na gut. Dann gehen wir doch mal weiter und ich vermute einfach mal, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Da kommt wieder Combine, ist mir jetzt aber egal. So, hier ist schon wieder alles so verwinkelt. Uh. Ich glaube, für den Häuserkampf nehme ich mal wieder die... Energie. Munition. Computer. Ist hier kaputt und so. War ich aber nicht. Zeitungsausschnitt. Kann ich nicht lesen. Na gut, so geht mir aus dem Weg. Ist hier noch jemand? Oh. Ah. Energie. Ist immer gut. Reicht es für 100? Ja, es reicht für 100. Und ich frage mich gerade, wo war hier Quicksave, war das... Ja. Okay. Hä? Was ist du denn? Halt die Fresse. Quicksave ist hier auf F6, muss ich mir mal merken. Wow. Alter, wer macht denn sowas? Komm her. Und tschüss. Au, 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 au. Ja, das war schlau. Und da oben geht es sowieso nicht weiter. Das heißt, ich hätte mir das auch einfach sparen können. Toll. So, Leute, lasst mich doch mal hier durch, bitte. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh, oh, hier sind wieder jede Menge Räume. Oh, fang. Oh, fang. Oh, oh. Ah, geht doch hier wieder rein. Ach ja, ich habe ja auch mal eine Truppe hier. Ich kann doch mal eben hier... So. Ich schicke meine Truppe mal eben vor. Viel Spaß. Und dann kommen wir mal in Munizierung. Ja, Leute, hier. Ich drücke C. Ihr sollt da hinten mal hingehen. Er hat sich das ein bisschen gemütlich gemacht. Hier im Aktenschrank. Hm, Computer. Computer. Nee, Tastatur. Bildschirm. Alter, können die sich eigentlich alle kein Gehäuse hier leisten? Oder was ist das? Alle PCs, die man hier findet, haben kein Gehäuse. Hier, noch einer. Kein Gehäuse. Bildschirm ist kaputt. Kaputt. Da ist noch ein Bildschirm. Oh. Hier hat jemand Kaffee getrunken. Ja, ja, ich gehe voran. Hier ist noch ein... Lass mich durch. Meine Fresse. So, hier auch kein Gehäuse. Bildschirm ist auch... Kaputt. Alles ist hier kaputt. Ups. Ja, ups. Da sagst du was. So, lass mich doch durch. Meine Fresse. Ist hier noch was? Überall sind hier leere Räume. Das ist... Ja, alles ein bisschen... Wow, 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 wow. Alles ein bisschen merkwürdig. Können die sich hier alle keine Einrichtung leisten? Oder was ist das? Oh. Äh... Da waren es nur noch drei, würde ich mal sagen. Da hinten ist wieder ein Lambda-Symbol. Aber wie kommen wir da hin? Hier ist zu. Hier kommen wir nicht durch. Na gut. So, steht mir nicht im Weg rum. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nein, ist es nicht. Äh, ich rieche doch. Hier sind irgendwo wieder ganz viele böse Menschen. Hallo? Hier ist auf jeden Fall das Badezimmer. So, Leute, steht mir nicht im Weg rum, bitte. So, ja, ich würde hier gerne raus jetzt, aber die People stehen mir hier im Weg rum. Ich kann die auch nicht töten. Hier ist nichts. Lässt du mich bitte hier durch. Dankeschön. Hier ist nichts. Hier ist wieder ein PC ohne Gehäuse. So, lass mich durch. Ist hier alles tot? Noch ein PC ohne Gehäuse. Kaputt. Kaputt. Munition, Munition. Noch... Alter. Diese Verstärkungs-People, die regen mich richtig auf gerade. Die sind irgendwie mehr dämlich als nützlich. So, vielleicht können wir hier jemanden überraschen mit ein paar coolen Moves. Zum Beispiel unter der Treppe. Oder auch nicht. Hier ist Energie. Energie haben wir aber noch voll. Ja, natürlich lauert da jemand um die Ecke. Au. So, gucken wir erstmal vor. Energie, das ist sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir kegeln die beiden Geschütze mit dem Aktenschrank hier um. So, du weg. Alter, was ist denn hier wieder passiert? Wow. Ähm, hier liegen Beine. Da liegen tote Menschen. Alles ist voll mit Blut. Hm, okay. Hier war eine neue Ladezone. Das heißt, wir müssen wohl hier lang und nicht die Treppe da hinten hoch. Ich würde ja gerne nochmal gucken, was... Oh, hallo. Kontakt. Null Tote. Das Gebiet ist sauber. Sind wohl abgehauen. Eine kluge Entscheidung. Okay. Ähm. Ja, ich würde ganz gerne nochmal gucken, was da oben ist eigentlich. Aber dann müsste ich wieder durch die Ladezone und da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Naja, jedenfalls haben wir wieder vier neue Gefolgsleute, so wie es aussieht. Kommt ihr alle mit? Ja, sehr gut. Äh, oh nein, nicht ihr schon wieder. Komm her. Naja. Freikling. Oh shit, 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 shit. Boom. So, ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen Munitionsverschwendung, aber wir haben sowieso... dauernd zu viel Munition von sämtlichen Waffen, von daher kann ich das auch mal machen. Da kommen noch ein paar von den kleinen Kerlchen. Aber dann nehme ich doch jetzt mal hier die Gravity Gun. So, komm her. Und zack. Und zack. Und... Komm her. Und zack. Und zack. Und... Zack. Und... Zack. So, war es das? Nein, da ist noch. Da kommen die denn alle her. So, komm schon. Und... Daneben. Zack. Und zack. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Und zack. So, das sollte es jetzt aber gewesen sein. Ist hier irgendwas drin? Äh, ist das da? Huch. Wieso stecke ich hier irgendwo fest? Ist das eine Schrot... Nein, das sind nur ein paar Rohre. Keine Schrotflinte. Gut. Ich denke auch immer, das da wäre jetzt Energie, aber das sind nur diese kaputten, komischen Drohnen. Oh, ein Fahrrad. Hm. Hm. Sieht aber nicht mehr ganz so fahrtüchtig aus. Hm. Munition. Keine Ahnung, was für eine... Welche... Für welche Waffe, aber auf jeden Fall haben wir irgendwas aufgesammelt. Äh, wie komm ich hier denn durch? Hier? Eh. Vielleicht hier... Hinten. Äh, hier hinten sieht gut aus. Da sind Vorräte, wie komm ich da denn ran? Äh... Wie komm ich hier überhaupt weiter? Hier vielleicht? Kann ich... Hier rüber? Verdammt! Ist abgeschlossen. Okay, kann ich. Ja, es ist abgeschlossen. Ihr könntet aber natürlich, wenn ihr klug wärt... Äh, einfach die Tür benutzen. Ich wollte eigentlich sagen, wenn sie klug wären, könnten sie auch einfach hier oben durchklettern, so wie ich das gerade gemacht habe, aber... Äh, ja, die sind ja leider nicht klug. Oh nein. So, komm her. Und tot. Komm her. Und tot. Komm her. Und tot. Komm her. Und tot. So, danke, dass ihr mir überhaupt nicht geholfen habt. Ihr seid einfach so nutzlos. Und ich hab schon wieder Combo angehört. Energie. Irgendwo da vorne. Kann ich hier durch? Hier kann ich durch. Oh shit, Schotwind ist... ...natürlich nicht so geeignet hier. Sind das Explosionsfässer? Ne, sind das Explosionsfässer? Ja. Boom. Hat das jetzt was gebracht? Ich glaube nicht. Oh, da ist ein... Shit, da sind zwei Geschütze, so wie das aussieht. Äh, kann ich... Hat das was gebracht? Nein, hat es nicht. Pass auf. Boom. Einen hab ich erwischt in die Rechten. Boom. Dude. What if? Was? Oh shit, Strider. Äh, ja. Er hängt hier noch ein bisschen ab mit seiner Waffe, sagt er. Strider läuft an uns vorbei. Habt ihr hier noch irgendwas? Munition? Dankeschön. Oh, und zwei von meinen Gefolgsleuten sind wieder auf der Strecke geblieben, so wie es aussieht. Aber ja, soll mich nicht stören. Die sind sowieso nur nutzlos. Wer zum Teufel bist du denn? Einen Moment. Hö, wirfst du denn? Halt die Fresse. Hä? Ja, wie auch immer. So. Munition. Oh, nicht noch mehr von diesen Viechern. So, komm her. Kaputt. Komm her. Kaputt. Ähm. War's das? Oh shit, Combine. Ähm. Boom. Und tschüss. Vielleicht hätte ich die Explosionsfässer noch nicht... Boah. Ich hätte die Explosionsfässer noch stehen lassen sollen, dann hätte ich die jetzt benutzen können, um die Combine auszuschalten. Wie haben wir dann geradeausch mit dem Läten aufgenommen? Oh shit. Wie ist das? Keine Effizienung. Du hast sogar die Strecke gebrochen? Wie sieht das aus? Wie ist das?